Audio to go präsentiert Bin noch da Nach dem Roman von Sven Stricker Es liest der Autor September 1989 Es war auf den Tag genau 50 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Es war der Tag, an dem die Kaulitz-Zwillinge das Tokio-Hotel betraten und es waren noch ungefähr zwei Monate bis zum Fall der Berliner Mauer. Nichts Besonderes also. Es war aber auch der Tag, an dem Karl-Heinz Liebig beschloss, ein Baumhaus zu bauen. Ein Baumhaus für seine Kinder. Karl-Heinz Liebig war schon immer ein typischer Nachkriegsdeutscher gewesen. Liebe hieß Leistung. Er war ein unzugänglicher, in sich verschlossener Mann, hatte sein Leben in permanenter Verachtung desselben verbracht. Moralpredigten halten, ja, das konnte er. Hinter verschlossenen Türen, mit erhobenem Zeigefinger und hochrotem Kopf. Auf die Politik schimpfte er, auf langhaarige Bombenleger, die Kunst, Fußballtrikots, die aus Hosen hingen, auf Ausländer sowieso. Immer und immer wieder hatte er geflucht und gewettert. Alles war schlecht. Nichts wurde besser. Am 1. September 1989 aber, als der Nachbargarten der Ronsdorfs plötzlich mit einem Baumhaus auf der kümmerlichen Eiche aufzuwarten wusste, war das Maß des Erträglichen voll gewesen. Es hatte sich keineswegs um ein großes Baumhaus gehandelt, vielmehr um eine Europalette mit draufgesetzter Hundehütte, ganz in rosa oder pink und damit eindeutig für Mädchen. Aber für Karl-Heinz Liebig war dies zu viel gewesen. Die größtmögliche Provokation. Zunächst ein Schandfleck, dann eine Herausforderung. Er war der mit dem schönen Garten. Man musste sich nur einmal die Pracht der Rosen ansehen, die Tomaten. Er verfügte über das Material, den höheren Baum und dem plötzlichen, aber unbedingten Ehrgeiz, einmal, ein einziges Mal den Platz an der Sonne einzunehmen. Ein Platz, den ihm niemand streitig machen würde. Denn außer den Ronsdorfs und ihnen hatte niemand in ihrer Reihenhaussiedlung eine Eiche. Oder irgendeinen anderen Baum. Man würde gut finden, was er da tat. Was er für seinen Sohn tat, Moritz, ab dem morgigen Tag, sieben Jahre alt. Für seine Tochter Nina, die zwar erst drei war, aber ja auch irgendwann in das passende Alter kommen würde. Schauen würden sie, die Nachbarn hinter ihren Gardinen mit der Goldkante. Neidisch würden sie sein. Das war das Ziel. Das unbedingte Ziel. Also baute er das Baumhaus. Er baute es weit oben. Er brauchte sehr lange dafür, arbeitete mindestens drei Wochen jeden Abend daran, bis es dunkel wurde. Die Leiter lehnte am Baum, war komplett ausgezogen. Sein Sohn stand unten, schaute mit großen Augen hinauf, durfte nicht einmal einen Hammer halten und wurde verscheucht, sobald er auch nur das Wort an den Vater richtete. Schließlich aber war der Schweiß vergossen. Karl-Heinz Liebig war fertig. Er hatte ein wahrhaft großartiges Baumhaus gebaut, mit klappbaren Fenstern vorne wie hinten, einer Eingangstür mit goldener Klinke, abgeschliffenen Brettern, einem Giebeldach und einer Luke in der Mitte des Fußbodens, um von unten hineinzuklettern oder sich an einem Seil herablassen zu können. Es war wirklich beeindruckend. Ein sichtbarer Beweis von Liebe, Zuneigung und Hingabe. Moritz war glücklich, stand stolz unter der Eiche und blickte hinauf. Nina hing an seinem Hosenbein und interessierte sich für die Grashalme am Boden. Karl-Heinz Liebig stieg hinab, rieb sich die schwierigen Hände, ging noch einmal sicher, dass das Baumhaus auch von wirklich jedem Nachbargrundstück zu erspähen war und ließ es damit gut sein. Arbeit beendet, Ziel erreicht, Deckel drauf. Der Haken ließ nicht lange auf sich warten. Für Moritz war es unmöglich, hinaufzugelangen. Er war zu klein für die Kletterei. Die Eiche war ausladend, außerdem war er ein wenig ängstlich. Fantasievoll, sagte seine Lehrerin. Es gab keine sichere Möglichkeit, sich von Ast zu Ast hinaufzuziehen. Und außerdem, selbst wenn man es irgendwie geschafft haben sollte, was wäre dann gewesen? Was tat man dann da oben? Und wie sollte man wieder runterkommen? Am Seil?